interessant sehr interessant lichtgericht mal wieder aus ups so jetzt muss ich hier mit trick 17 irgendwie arbeiten naja jetzt funktioniert das alles hier irgendwie anders herum ok ok ah ja das war der falsche hebel das heißt der kommt jetzt angeflogen oh der fliegt da rein dann kommt der da angeschossen die preisfrage ist wie kriege ich jetzt dich auf der hebel macht nämlich nichts ja toll und bei dem haben wir festgestellt dass er gar nicht funktioniert der ist jetzt auch verschwunden hm hm und ich glaube den emergency control room komme ich auch immer noch nicht na doch da komme ich jetzt rein oh oh wie feiner man do not interrupt machen wir mal wieder ein blatt das können wir gut gebrauchen ist das ein katana heilige scheiße achte 18 attack power 10 ecowase 25 speed what the fu puh das nenne ich mal eine schicke waffe oh und etwas essen so emergency control central control room gates west wing gates east wing gates ich habe gehört dass sie hier was geöffnet hat auf auf die in der 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 kann ich das jetzt irgendwo einsetzen das hier habe ich jetzt nicht geöffnet und auch auf der anderen seite nichts kann ich nirgends einsetzen da wäre nur der notausgang das war der falsche hebel ok du bleibst einfach mal hier ich nehme nämlich nicht an dass der hebel jetzt wieder geht also habe ich es gerade wieder kaputt gemacht also hier durch das war falsch viele die sich in der ferndistanz öffnen ach so das ist central control room das ist ja eigentlich der hier ja ok das war jetzt unnütz so du kommst erst mal hier lang geflogen dann kommt der hier lang geflogen ouch du kommst hier lang geflogen dann kommst du hier lang ah ja da muss ich wahrscheinlich da drüben dasselbe spiel wiederholen gut das wäre geklärt war das richtig oder war das der falsche schien der richtige gewesen zu sein nein war das der falsche so so jetzt muss ich hier ganz schnell rüber genau jetzt schießt nämlich der hier und wer hat da gegen die wand geflogen gut das heißt der fliegt hier durch und ich muss das wird dann ein spaß mit dem timing so so das ist das hier das ist das soweit ist alles ok das ist gut soweit so und dann warten wir so 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 So, Grinding von Stone auf Stone. Weil ich habe gerade, glaube ich, irgendwas freigelassen. Oh. Das Herz, das ich hier hatte. Gib mir das mal kurz. Oh, tatsächlich ein secret. Mit Operation Emergency Bunker. Temper Bracers. Protektions to range a strength by angry affinity and fight equipment. You're not scared enough to equip this Bracers. Only equipable by fighters. Ja, tu mich auch. Oh. Oh.